Comic-Con, 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 Comic... Ah, ich seh mit dem Teil einfach nichts, aber in Wirklichkeit, ich musste einfach als Deadpool vor die Kamera. So erfreut war ich schon lange nicht mehr. Ich kann's in Wirklichkeit gar nicht in Worte fassen. Deswegen hab ich's einfach in einen kleinen Trailer gefasst, den mir der Veranstalter von der Comic-Con Austria dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat und der euch einen kleinen Einblick in die Veranstaltung vom letzten Jahr gegeben hat. Dort hatte ich nämlich meine bislang größte Bühnenaktion abgeliefert, habe in Zusammenarbeit mit DVD Forum AT ein großes Live-Gewinnspiel, eine Art Quiz-Show gemacht, mit einem fulminanten und sogar auch für mich absolut unerwarteten Ausgang, bei dem dann plötzlich 50 Cosplayer mit mir auf der Bühne standen, eben auch diejenigen, die ihr in dem anderen Video, das ich euch vor wenigen Minuten hochgeladen hab, sehen könnt. Ja, falls ihr euch für dieses Live-Gewinnspiel übrigens interessiert, das ist in einer abgefilmten Version hier auf meinem YouTube-Kanal anschaubar. Aber warum erzähl ich euch das alles? Die Comic-Con Austria 2017 nähert sich uns nämlich schon mit riesigen Schritten. In weniger als einem Monat ist es wieder soweit und die Hallen des Design-Centers in Linz verwandeln sich mehr oder weniger wieder in die heiligen Hallen des Nerdtums. Und mit dabei ist wieder euer Zocki. Diesmal allerdings nicht nur bei einem kleinen Live-Gewinnspiel, nein, dieses Jahr arbeite ich direkt mit dem Veranstaltungsteam zusammen und stehe als Panel-Moderator auf der Bühne. Und das ist eine Aufgabe, auf die ich mich wirklich jetzt schon riesig freue. Wo ich vor allem auch schon einige Namen und einige Sachen ankündigen kann, die euch definitiv ein Begriff sind. The Walking Dead-Fans werden sich ganz besonders auf Michael Kudlitz freuen, der auf der Comic-Con Austria zu Gast sein wird. Außerdem wird es dort noch ein eigenes Walking Dead-Panel geben, wo andere bekannte Gesichter aus der Serie, vor allem auch bekannte Walker-Gesichter aus der Serie, auftreten. Und ein weiteres Panel, auf das ich mich persönlich wahnsinnig freue, ist das mit Schauspieler und, sagen wir mal, Körperkünstler Robert Lozado, der, und glaubt mir, ihr habt ihn schon einmal gesehen, euch definitiv in Erinnerung geblieben ist. Und auch mir, aber mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das ist aber jetzt einmal nur ein kleiner Auszug aus dem Wahnsinn, den ich mir für das kommende Monat vorgenommen habe. Natürlich packe ich meine Kamera und meine anderen sieben YouTube-Sachen mit ein in den Koffer und werde schauen, euch dort möglichst viel Videomaterial mit nach Hause bringen zu können, dass auch ihr vor den YouTube-Bildschirmen einen netten Einblick in das bekommt, was euch auf der Comic-Con Austria erwartet hätte. Das, was mich persönlich allerdings am meisten freuen würde, wäre, wenn ihr einfach gleich direkt live dabei seid. Die Comic-Con Austria, noch einmal erwähnt, findet am 8. und 9. April 2017 im Design Center in Linz statt. Mich seht ihr dort live als Moderator bei den Panels. Außerdem gibt es dort allerdings noch zahlreiche andere Händler. Ihr könnt mit den Stargästen Fotoshoots machen, euch Autogramme holen, cooles Merchandise holen und vor allem, und das ist für mich schon ein ganz großes Highlight, auf das ich mich persönlich jetzt schon freue, die ganzen coolen Cosplayer kennenlernen. Einige davon werdet ihr wahrscheinlich aus dem separat hochgeladenen Trailer-Video bereits dann wiedererkennen, aber es gibt sicher auch einige neue Gesichter, einige neue Kostüme und auf das bin ich persönlich ganz besonders gespannt. Ich glaube nämlich, dass ich mit meiner Deadpool-Haube dort nicht wahnsinnig reüssieren kann. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeischaut auf der Comic-Con Austria 2017, am 8. und 9. April 2017 im Design Center in Linz. Ich bin auf jeden Fall mit dabei und allerspätestens sehen wir uns dann danach definitiv mit dem ein oder anderen Video-Beitrag auf YouTube. Aber ganz ehrlich, jetzt muss ich weitergehen meinen Deadpool-Uproben. Sieg mit Stanley!